Ich bin heute Abend eigentlich nur hier, um Ihnen mitzuteilen, ich bin wieder auf dem Markt. Das hieß, diese Orange durfte unter keinen Umständen runterfallen. Ich also wie bekloppt gegen diese Orange gepresst. Mit einem X-Chromosom irren Sie wirklich planlos umher. Probieren mal dort, probieren mal dort, um am Ende zu sagen, in dieser Saison gibt es aber auch nichts. Da hat man auch nichts mitgebracht, Bildung und Kultur. Einmal habe ich ihn gefragt in der Pubertät, Baba, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Transvestiten und Transsexuellen? Hat er bloß gemeint? Ja, die Transvestiten wachsen von unten nach oben. Die Siedler von Katan ist ein sogenanntes Würfelstrategiespiel, wo es darum geht, ein Land zu besiedlen, Rohstoffe auszubeuten und den Gegner physisch, psychisch und ökonomisch komplett zu ruinieren. Sieben Stunden lang musste ich Lehm gegen Erztausche, bis um halb vier morgens die Gastgeber kamen mit ihrer ganzen Siedler-Erweiterung. Ich hab dann gesagt, Leute, darf ich euch mal neue Erweiterung vorstellen? Tsunami? Fick dich doch ins Knie! Meine Damen, beim besten Willen, das geht nicht. Rein anatomisch, vollkommen undurchführbar. Wobei ich zugeben muss, ich hab's vor ein paar Wochen nach einer solchen Aufforderung dann doch mal probiert. Ja, als Trotzreaktion sozusagen. Bin mehrfach umgefallen, hab mir Prellungen und Hämatome und einen spontanen Hüftschrägstand zugezogen. Ja, und das Ganze hat so ein Radau gemacht, dass mein Nachbar am nächsten Tag meinte, oder hat sich aber ganz schön ins Knie gefickt gestanden.